aber man kriegt glaube ich einen npc dazu ja das auf jeden fall finde ich auch ein bisschen kacke dass man das nicht aufstellen kann ja wobei ich stelle dir mal vor man macht das ist so zu zweit das wer dann schon hat ja eben deswegen kann das so also dass man so ja dass man ja okay das ja das ist dann irgendwie die möglichkeit besteht das zu machen ich weiß gar nicht ob man in dem game bisschen sneaken kann da hätte ich mich zum beispiel richtig bock drauf kann es holen kannst du glaube ich so auch weil was waren dass du kannst bis zu 5000 zombies gleichzeitig am arsch haben ja aber das ist das ding und wenn denn der npc zuerst anfängt zu ballern was hoffentlich nicht gut dann haben wir den salat ich will die jahre hier nobody is leaving anybody we're going to steamroll the army and then they'll be back this is our only chance to get out not going into the subway you've heard the stories we will starve here the subway is our only chance we take it to inward get to the evac center and get the fuck out of new york or we die hier i don't like him but he's right so halte ich habe eine uzi kann man sich hier noch irgendwie andere waffen nehmen ich habe ja auch nur eine uzi okay er mit r3 kann man die ansicht wechseln mit drei pistol tauschen wir haben silencer drauf lassen wir ein bisschen dass niki zuerst vorgehen ich öffne mal er einst schlagen ich habe eine maräte geil we got a creeper close by dan you hear me hey what's up i don't see you guys on the roof habt ihr auch silenced waffen warte bin ich der einzige ja oh yeah really one hit tot oder maybe the grunts will wipe them out of the front guys äh neue taktik scheiß auf silenced ja das jetzt ist eh zu spät aus oh shit oh shit zurück zurück zurückach SUG nicht du hast mir ich bin dir es es nicht du hast mir nicht es ich bin du hast mich du hast immer Ich glaube wir müssen schnell vorpushen. Warte, warte, warte. Ich kann ja schon mal den heilen. Ah fuck. Geh durch die Tür schnell, wir müssen weiter, weiter, weiter. Seht ihr wie die hier die Tür aufbrechen? Ja, die haben die aufgebrochen. Fuck, das ist wirklich schöner Left 4 Dead Style. Juggernaut, Alter. Ja, dann läuft weiter, wir können glaube ich nicht hier einmal nur rumhängen. Ich auch. Ne, man. Ich werd ganz gern vor allem bei Muni. Uh. Ich bin schon mal im Fahrstuhl. Muni ist hier hinten. Frack Grenades und wir können Waffen tauschen. Ja, aber ich hab ne Schrotze, das ist ja genug. Ich glaub ich meine Pistole. Komm rein hier. Kannst du nicht. Fülle dich. Ah, Schild. Ne. Das ist mein Secondary. Fuck, bleib bei du sie. Äh, ich hab Uzi und Schrotze. Äh, ich hab Uzi und Pistole. So, kommt rein. Paul, hast du das? Warte, warte. Ne, warte. Ne, ich kann nicht. Ne, ne, Pistole kann man nicht tauschen. Ist ja irgendwo Muni. Avengers Assemble. Okay. Weil da Assemble steht. Decker. Decker. Tan, you there? Always. Mhm. We're headed down. Had a food. Gotta go next. Over. I got food and bush for a month. Your heads will be here by there. Decker, Paul, Schimmer gerade. Schimmer. Ja. Ja. Jo, Alter, guck mal raus. Guck mal raus. Guck mal raus. Das Fenster. Nein. Richtig geil. Und der Panzer verschlägt. Uh, Digga, er gibt Assault rifle. Oh, ja. Ich hab glaube ich eine Ska. Das tut zumindest... Ne. Kack. Ich hab' den Schrotten. Ach, Kack. Was? Was ist das? Das hab' ich. Wobei, ich glaube, äh... Wir müssen zu den Rolltrappen. Die Schrotze bringt die nicht viel. Ne, auf keinen Fall. Ich will keine Schrotze nehmen. Ich hab' hier einen Granatenwerfer gefunden. Leute. Ich hab' nur einen Panzer verhause. Ich kann das irgendwie nicht switchen. Ich kann nämlich zwei Gewehre. Uh, Granatwerfer. Willkommen nach Hause. Ja, ich hab' auch einen. Oh, guck mal hier hinten sind noch mehr Waffen. Crossbow. Ich glaub' noch ne Schrotze. Medkits. Und Equipment. Ja, ich komm' mal hin zu denen. So, die andere Seite ist clear. Hier ist noch ein Granat... Ne, ist ein Schackern. Uh, ne Autoschrotze. Die sieht geil aus. Guck mal hier beim Stern. Rechts runter, da werden die gleich versuchen alle hochzukommen. Wo hast du die Schrotze? Ah, Alter. Hier liegt die Autoschrotze. Die sieht echt böse aus. Das ist heavy. Ja, Mann. Ich hab' einen Granatwerfer. Alter, guck mal hier runter. Soll ich da mal raushauen? Oh, jetzt geht's los, glaub' ich. Jo. Ähm. Ja. Oh, kacke. Hinter uns, ja. Fuck. Digga, links, rechts, überheif. Shit. Ah! Ich hab' keine Ahnung. Wir müssen hier... Die kommen auf einer der Seite fast hoch. Ah, fuck. Die sind schon oben. Die kommen. Ah, scheiße. What the fuck, Mann. Ich bin low an ammo. Ich mein' ich hab' keine mehr. Juggernaut ist da. Fuck. Hilfe. Nee, kümmer du dich drum, ich halt den Rücken. Jo, Hami. Der Schrotz wär' hier vielleicht doch nicht schlecht gewesen. So, das sind jetzt die Letzten. Es kommt keiner mehr hoch. Shit. Am besten lernen. Nicht sparen, ne? Nö, wir haben hier Equipment, das wir holen können. Ja, Refill Ammo. Da kommt einer. Ah, hat sich jemand mal den Crossbow ausgenommen? Das ist ein Primary, aber... Ah, ich will meine Waffe dafür nicht verlieren. Klar kann ich probier's aus. Oh shit, der explodiert sogar. Jo, den behalte ich dann doch erstmal. Okay, Equipment. L1 sind Granaten. Jo, lass mal weitergehen, ne? Den Granatenwerfer hab' ich jetzt gar nicht benutzt. Ich hör' mal den nächsten Fahrstuhl. Oh shit, wir müssen da runter. Oh shit, wir müssen da runter. Oh shit. Hast du mich verfehlt? Oh shit. Wir sind gut. Subway ist links und links. Uh, will jemand einen Sniper? Ah, ne. Ne. Ich glaube, wir haben den nur so. Ja, aber ich hab' hier schon den Crossbow, der explodiert. Ich hab' dich in der Kampf. Ich nehme, was ich kann. Egal, Crossbow liegt. Danke. Hier hinten ist noch ein Light-Maschinen-Gun. Also Heavy-Maschinen-Gun. Zwei sogar. Flammenwerfer. So, wir können uns jetzt hier... Ich hab' den Maschinen-Gun aufgepickt. So, jetzt müssen wir, glaub' ich, Fallen platzieren. Schätfen wir noch irgendwo was? Ooh, dicker LMG hier. Na, mach' ich doch gerade. Ich weiß, wo ich dran bin. Äh, hilft ihr mir, hier zu preppen? Ja, wir haben noch 50 Sekunden. Was soll man hier denn machen? Ich hab' einen Maschinen-Gun und Stacheldraht gefunden. was hält ihr da ein bisschen auf und noch was 30 sekunden haben wir noch lack verteilt ja aber ich glaube ich habe schon gar nichts mehr ich glaube das ist alles ist ein bisschen kacke ich erzähle mich noch mal nach hinten mit der sniper einer muss kampf starten glaube ich oder ja sechs ich hoffe die kommen auch nur von da und nicht wieder von hinten acht scheiße ach du grüne neune die kehrt dann da hoch die kommen hinten bei mir auch ich hätte ja mal paul hinter dir Danke. Killed. Hatte dir. Ah, shit. Der eine Flacheldraht schon zerstört. Auf der linken Seite. Auf der rechten auch. Guck mal, wird weniger. Rechts kommt der letzte. Ja. Hier oben bei mir ist noch ein bisschen money. Ich hab meinen Granaten schon wieder nicht benutzt. Ja, der hat ja was überstanden. Ich würd sagen, wir heilen uns mal vielleicht. Haben wir irgendwann noch Madgis rumlegen? Ich bin okay. Okay. So. Ja, dann würd ich sagen, gehen wir mal... ... zum nächsten, oder? So, was zeigt das? Wir haben noch eine Kampfstoffplinte. Ja, aber auch nicht. Für die Pisse haut gut rein. Ich bin schon über jetzt mal der Klammer. Seid ihr bereit? Jo. Move! No turning back now. Ich hab' gerade gefunden. Wollen wir eine Runde... ... von der Düsen? Kannst du das eigentlich fahren, oder? Ne, leider nicht. Wär zu geil gewesen. Aber wir müssen es zum Zauber, ne? Junge! Ey, ich find' das macht schon richtig Laune. Ja, man. Seid alle hier? Ja, ich starte mal, ne? Ja. Ich komm mit der Mechanik, ich bin mir noch nicht so ganz klar. Ne. Shit, ist ein weiteres Überlebnis hier. Ich bin auch. Ja. The Train! Get back, you smelly bastards! Stop shooting! Hey, I'm reloading! Shit, wir haben wieder einen Dick-Bounce, ein Dicker. Ja. Fuck, er hat mich. Hat mich. Nice, ist down. Oi, get out of it! Reloaded! Who the hell just shot on my train? Hahaha! Get in here! It's him. Him? Oh, my reputation precedes me! Can you drive this thing? The ride ain't free, dear. This rabbit hole is chocoblock with goodies. Bring them to me. Natürlich. Supply crates. So, nehmen wir alle zusammen? Oder wie machen wir das? Es wird doch bestimmt nicht easy werden jetzt einfach. Ja, ich wollte gerade sagen lassen. Bei mir sind schon welche. Und ich hab keine ammo mehr. Fuck. Ja. Ja. Ich bin nach oben. Ja. Es ist zweiter geöffnet. Nee. Warte. Weg. So, ich bin schon unten. Ah. Paul hat das zweite Tor geöffnet. Ah, fuck. Wie läuft das jetzt? Müssen wir das richtig tragen? Ich hoffe nicht. Nee. Müssen wir nicht. Glück gehabt. Das war ein bisschen zu krass. Irgendwo war das. Das war doch bei Division, oder? Der Division. Da musste man das doch richtig tragen. Nee. Natürlich. Natürlich. Egal. Zählen wir noch nix. Wenn's hier Division Veteranen gibt, und dann so ein paar noch nicht hat. Das geht aber eigentlich. Wir haben irgendwo oben einen Screamer. Na, der hat sogar ein bisschen Screamer. Ja. Ein dicker ist wieder irgendwo. Fuck. Ich weiß nicht, ein Bull wurde irgendwie gefragt. Shit. Kann jemand zu mir kommen? Ja. Nice. Danke, danke. Ich hab den zweiten Bullen gefunden. Shit. Und der Team-Empf-Messer. Shit. Der Decke kommt hoch. Der Decke kommt hoch. Shit. Ich komm da hin. So, jeder geht nach vorne. Für eine große Freize. Smart. Bis der große Thor. Es wird okay sein. Geh ihn. Leitungsammer. Ich habe, was du gesagt hast. Das ist irgendwie Munition. Warte mal, lass doch erstmal Muni suchen, Alter. Ich bin ja komplett leer geschossen. Paul, hast du ein Med-Kit? Yes. Nee, hier ist eine Vorratskiste. Du nimmst die Limit? Ich nehme die nächste nebenan. Ja. Doch. Ich näher nicht. Kann nicht mehr aus. Wahnsinn. Guck. Ich hab kaum noch Muni, Alter. Ich hab kaum noch Muni, Alter. Das ganze Magazin. vergeschossen Paul jetzt mit dem Rücken, äh, Fabio jetzt mit dem Rücken frei Oh, unser teammate macht schon, geil Der am PC Das hat auch sowas gesetzt Ich hab einen Fehler zu machen Hier liegt noch ne Waffe Oh Hier ist noch ein Medkid Brauch wer? Paul? Hier, bei mir, okay Warte, ich hau ihn schon Ah, okay Hier liegt trotzdem noch ein Medkid Dass das in einer mit kann Nö, jetzt ist es weg Oh, einen SMG haben wir auch noch Die nächsten kommt schon wieder Ich mach hier mal auf, ne? Fuck Fuck Oh, kack, ey Danke, Henry, komm mal zurück Jo Scheiße, Bulle Scheiße, bei mir ist einer Dicker Ich hole den NPC hoch Wann werden wir gehen? Schaut Alle aufm Train Alle zum Train Ah, sind wir hier Ja, geil Wir machen zu viel Ruhe Die werden kommen Wir müssen jetzt gehen Das ist ja Ich hole den행 Ich hole den train Ich will nicht mehr, mein Sohn! Hahaha! Der verrückte Sonne von Bitch! Der verrückte Sonne von Bitch mit einem Train! Buh, Buh, Buh! Ja, also ich fähre dafür. Das durchbeile und das dann als nächstes. Wenn Division dann nicht... Oder wie heißt das andere? Breakpoint, der nicht wieder funktioniert. Na, lass mal. Ist echt die Frechheit dafür. So, das war die erste, ne? Uh, vielen Dank. Da sind noch mehr, ist noch mehr, wenn die mehr nicht ist. Mhm, danke. Ähm, so Leute. Glaubt ihr, ich könnt jetzt speichern? Oder wie sieht das aus? Weiß ich nicht. Das ist das erste Kapitel jetzt fertig, ne? Nein, 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 das war, äh, also das Kapitel, das sind vier Episoden. Genau, also die erste Episode, so meine ich. Ja, meine ich. Ja, okay. Würde ich sagen, speicher ich dann, machen wir das, oder lade ich das episodenweise hoch. Jo, mach das. Ich dachte schon, das kommt, du bist raus, oder? Ne, ne. Das macht richtig Laune. Sollen wir jetzt auch irgendwas Neues bekommen? Komm, ja, ich kann auf Customize gehen. Ja. Und ich hab ne Fähigkeitspunkt, den ich frei, frei hab. Frag Grenade, Explode und Impact. Kauf ich mal. Hab ich zwar noch nie benutzt, aber... Da wird schon passen. ... ... ... ...